Hallo mein Name ist Daniela und ich bin Leadership Coach und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den vielen positiven Reaktionen auf mein Video letzte Woche. Es hat mich ermutigt weiterzumachen und euch per Video vielleicht das ein oder andere Coaching Tool weiterzugeben, das euch hilft mehr in die Kraft zu kommen und auch anderen ihre Kraft zu bringen und ein wichtiges Tool ist eben Anerkennung und ja so wie ich eben hier zum Beispiel diese Postkarte bekommen habe von einer Coaching Kundin, die sich bedankt bei mir, dass unser Coaching so bereichernd und effektiv war und sie weitergebracht hat im Leben, zeugt das für mich, dass ich am richtigen Weg bin und dass ich in meinem Potenzial und in meinem Talent gesehen werde und Menschen in ihre Kraft bringen kann und das könnt ihr auch selbst. Das heißt ja zu sehen, wer hat welches Talent, ja in was ist er gut und das auch wirklich auszusprechen. Also nicht nur du hast einen schönen Pulli heute an, sondern ja mir gefällt dein Stil und du bist, weiß nicht, täglich lustig gekleidet bzw. farbenfroh oder wirklich spezifisch zu sehen, was den anderen ausmacht und ja diese Anerkennung auch auszusprechen. Das gilt natürlich auch für einen selbst, das heißt auch bei sich mal anzuerkennen, was man gut getan hat, was hat gut funktioniert, was ich selbst geleistet und getan habe und sich da in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja heute hat es wirklich gut funktioniert, pünktlich zu sein, freundlich zu sein, mit den Menschen aufmerksam zu sein, Anerkennungen auszusprechen und zu sehen, was das bewirkt hat. Also ja, vielleicht probiert ihr es einfach mal bewusst aus, Anerkennungen auszusprechen, euch selbst und den anderen. Viel Spaß!